Fahrzeuge vor mir zu überholen. Aber wir haben jetzt hier, ich schätze Windschatten, weil wir kommen hier richtig gut gerade an den schwarzen vor uns ran. Ja, haben wir richtig guten Windschatten hier jetzt. Sehr gut. Das passt auf jeden Fall schon mal. Jetzt den lohnt ich von der Strecke noch drängen hier. Das wollen wir natürlich nicht. Vielen Dank.